Mein Vater, er wurde erschossen. Meine Mama hat sich darum gekümmert, mich nach Deutschland zu bringen. Ich habe immer viel gelesen über die Türkei und den Grundkonflikt und warum mein Vater ums Leben kam. Ich hatte mir vorgenommen, wirklich was für diese Menschen, die es auch verdienen, was Schönes zu machen. Aber die ganzen Politiker müssen nicht eine Kriegstrategie nehmen. Dieses Volk möchte das auch nicht. Werde die türkische, werde die kurische Volk? Werde die Kurden, werde die Kurden.